so liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play the forest heute haben wir dazu was bekommen und zwar den kim der da nils heißt natürlich so weit von ich muss ja wie auf jeden fall dann aber den piet der eben gerade so ein bisschen rumgelaufen wurde gewundert haben wer ist denn auf dem server und die wollen das auch wieder dabei schön dass die drei dass wir zu dritt sind man kann es ganz sofort zocken ja wir haben unsere erste hütte errichtet hier das reicht auf jeden fall erst mal ein bisschen und zwar anzuhalten so und ich muss mich auf jeden fall mal hinsetzen ausruhen wie auch immer weil ich bin sehr sehr erschöpft vor allem wasser wasser und was zu trinken okay das ist wunderbar das ist gut zu wissen ja sollen wir nicht irgendwie mal ein reh oder so jagen das was auf dem feuer braten können oder sowas weil ich fütter mich jetzt sorry wenn ich jetzt gerade ein bisschen als ich bin ich tue mir jetzt gerade die beiden fleischstöcke weil ich noch zu essen aber wir sollten auf jeden fall mal irgendwie uns wild organisieren okay wofür der kopf ist kriege wenn man den einfach der hand hält woher sie noch mal schon die kapitel gefunden ja real ist immer gut wie gesagt vor allem wird das jetzt auch heute wird das auch hell das ist das gute ich noch trinken wasser das erste habe ich jetzt ein bisschen gut aber ich brauche das ist gut zu wissen das ist eine wichtige durch ist kann ich also unwichtige informationen das ist ja gut das war das ist das weiß ich du kannst du auch essen ja vielleicht wünschen vielleicht ist das nicht so nicht so gut das stimmt das habe ich das ja er ist so ein bisschen wie arg aufgebaut also arg habe ich nicht nur privat gezockt aber mit sammeln und so war also dieses survival so kann ich irgendwie das fleisch da rein tun dass ich es braten kann aber ich muss mal gerade in zwei wasser ich habe ich gerade ein bisschen verbreitet das meinte eben gerade was kann ich mit dem fleisch erstmal hier reinlegen oder was ich würde gerne direkt braten ich habe ein großes fleisch und ich würde gern braten ich sehe nur blätter gerade da musst du mit gr1 wechseln ah gute information dann liegt jetzt gerade vielleicht drauf also ich muss den richtigen zeitpunkt muss ich auf jeden fall selber ein bisschen abschätzen ja die kann jetzt vielleicht dran dauert aber immer ein bisschen hier sind gerade aber schon wieder fleißig die treppe das ist auch gar nicht mal so unwichtig weil wir sollten auf jeden fall dann zwischendurch mal ein bisschen aufgaben verteilen und alles drum und dran wenn man gut wenn zumindest ein bisschen jagt einer ein bisschen holz holt und so was das war so nach und nach und nach müssen uns aufbauen können so du hattest eben gerade irgendwas gesagt von wegen du weißt wo die base ist eine vernünftige base das war aufbauen können ach der schwarzen wir kommen gerade noch nicht hoch weil über die treppe ne warte mal dann fange ich dann fange ich hier unten mal gerade die bäume die bäume schon auf dass ich dann schon mal ansetzen kann na dann mache ich hier nämlich schon mal ein bisschen hab ich jetzt kaputt gemacht scheiße verdammt ich hab die ich hab die treppe kaputt gemacht das war keine absicht ich wollte nämlich die bäume da ansetzen sagt der anfänger fehler ja komm jetzt sofort hoch ein bisschen helfen wir fangen jetzt gott nur ach so schießt haben wir ein feuerzeug ja man hört so ein bisschen im hintergrund gerade ich komme gerade mit hoch aber eigentlich sind doch die kalibalen ich habe immer das hoch aber so habt ihr die kalibalen alle getötet jetzt oder was sehr gut ja gut ich wollte jetzt gerade noch ein bisschen hoch kommen ja geil ja das auf jeden Fall hm ne ich komme nicht hier hoch jetzt wunderbar jetzt wieder eine getränkedose das ist immer wichtig und dann habe ich mir die achse mal wieder nicht einfacher zum sperr die koffer auf zu kriegen aber die koffer habt schon alles auf ok ich verteile jetzt knochen mit jeden drei stock nett nett so schön auf sag mal hm so dann machen wir das so ich habe hier so einen koffer helfen ich habe gerade ein so ein Reh ziemlich verwundet ja ich muss gerade, es war tatsächlich keine absicht, es stand nämlich direkt vor mir und dann habe ich auch sie sind drauf gehalten so dann nehme ich mal den sperr mit ja kommst du mal jetzt heri, lässt du dich bitte mal töten und essen ja das wäre super, dann wissen wir nämlich wo wir hinwissen und wie weit das auch vor allen dingen ist ich bin hier ein bisschen unterwegs ich stehe aber mal alleine da so, warte mal und fällt so, dann das jetzt gerade ein bisschen wieder unterwegs zu euch zurück jetzt gerade mit den baum, mit zwei weiteren baumstellen ist das heutzutage immer noch die alte base oder ist das die neue markierung schon ok ok die ist in der wand drin, sehr interessant warte mal, ich komme gerade zu dir schon mit den ersten bäumen es ist euch einfacher dann den ersten teil zu bringen ich bin ein bisschen erschöpft gerade du bist voll weit weg, ja hier vorne sind Mutanten bei mir ich bin ein bisschen er ist tot kann mir mein freund ich glaube ich habe ich kann mir die falsch dagegen ich bin tot wir haben mich jetzt leider erwischt ich habe die wieder gar nichts jetzt gerade ich habe alle aus zu verloren ich bin schon unterwegs ich muss jetzt wieder runter damit ich mich waschen kann wasser so nun muss jetzt herunter vorliegen jetzt erst mal ins wasser so jetzt will ich heute essen so ich 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 Vielen Dank.